Nein... Ich seh nichts. Achso, ich bin beim Tele... Nicht nur ich. Ach, ich weiß es nicht. Ich hab auf jeden Fall nicht geripps. Ist ja auch egal. Oh shit, hier sind so viele Macks. Allein nicht. Ahhhh. NIE 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 N NIE N NIE N N Achso, wir haben gar einen leichten Underpop hier. Oh, shit! Oh shit, die pushen, die pushen. Die sind schon bei A. Ja. Bush, Bush. Maxes. Ja, zu viele Maxes. Oh jetzt... da oben auch... oh, da oben sitzen auch böse. Ich glaub's noch nicht. Ah, 13 Minuten halten wir durch. Jetzt hab ich keinen Denk mehr. Eine Matic? Da, die kommen mit Galaxies. Guckst du mal in die Luft? Das sind vier Galaxies. Guckst du? Stark? Ja. Einmal Heilung bitte, danke. Sehr nett. Warum von hinten? Und was ja mal so Spaß macht. Da kennt sich einer aus. Steht auf. Ok, du bist ne alte Sau. Ja. Ja gut, du hast recht. Na gut, du hast recht. Na gut, du hast recht. Wenigstens gibt das zu, ne? Ja, für den Wazen soll ich mich schämen? Hast du gesehen, mit was die droppen? Da kommt ganz Warno. Da kommt ganz Warno, ja. Oh, da kommst du nicht mehr gegen an. Hast du verkehlt, ob sie wohl gesetzt haben? Ja, hab ich, aber... Filmeer ist nicht drin, glaub ich. Ich glaube, die Warno wollen gewinnen. Ich hab auch so das Gefühl, ja. Ja, aber... Oh man! Ist das mit dem Reporter vielleicht? Haha, nein. Da stehen sie auch schon mit dem Sandro. Ja, mein Nightmare hat mich mit dem Dezimator gekriegt. Das ist süß. Ja, Armageddon, ne? Nö, das kann ich auch. Camilodon. Hey, wake up. Er schreibt mich an. Ja, er ist da, super. Komm rein, wenn sie ins Kinder... Oh nein. Oh, einen habe. Oh. Passt in deinen ersten Peel. Ja. User was moved to your channel. Habe ihn mal reingezogen. Dankeschön. Wen? Wen? Markus. Wir nehmen schon seit 20 Minuten auf, Markus, weil ich dann auch wieder fort muss, deswegen. Ach so. Ja, hab schon mal ein bisschen vorauf genommen. Na schon. Jetzt kommt ein bisschen Qualität noch mit dir rein, dann passt die auf. Ja. Dann musst du ganz wieder runterziehen, okay. Mein Gott. Du bist gemein. Gott. Ja. Ja. Was? Also die Station ist verloren. Andere Station. Ja. Ja, bitte. Use teleport. Also, wir sollen usen teleporten. Teleport. Teleport. Ja, weil da kommst du auch... Uuuuuh. Die stehen aber oben am Dach. Mit der Bevölkerung gleiß ich aber gerade. Die doch nicht scheißdreck. Count free and watch your map. Don't rush. Da könnten wir noch was reißen. Ja, habt ihr gehört? Die machen rush. Was? Wohin? Mit was? Teleporter. Das wird ein rush. Ja. Ja, aber wohin? Russ rush? Ja, er will durch den Teleporter und dann rüber. Aber das geht nicht. Da stehen 100.000 Galaxys, McRider und Sanderer. Ja, ich... Ich wollte schon sagen, irgendwie... Das kann nicht funktionieren. Schau doch mal die Population an. Wir haben eine um 40 gegen auch um 50. Da haben sie rennen, also macht's das. Na, aber ehrlich, ey. Okay. Run, 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 run. Nicht so viel diskutieren. Nein... Ich seh nicht. Ich auch nicht. Also ich bin beim Teleporter und so, aber... Wir sind ja schon nix beim A Punkt mit. Ja. Es ist einfach immer viel zu spät. Verdammt. Ich bin schon wieder tot. Ich hab nichts gesehen. Nein. Ach, nee. Wirklich. Ja, wir kommen aber... So schnell kann ich gar nicht wiederbeleben, wie die alle draufgehen. Ja. Hey, ich hab ne Max. Ja. Wir verlieren Iser Mountain. Oh, jetzt hab ich fast alle von uns getötet. Boah. Wir verlieren Money. Ja, aber das war echt knapp für dir. Wir waren so gut. Die verlieren den Alert. Eiser. Ich mach Eiser Mountain, oder? Mr. Gulatz hat mich wiedergelebt, äh, wiederbelebt. Ja, mich auch. Ich hab ne Max. Ja, haha. Zwei Max. Uh, 37, 37, scheißen Dreck. Wohin geh mal? Äh, der Nase nach. Sehr wohl warm. Ich, Madison Triumph können wir angreifen. Dann kommen sie... Dann kommen sie... Ja, das ist auch schon 24 bis 98, der Boulevard. Ja, aber sie kämpfen grad Iser Mountain Pass. Äh, wir können Is River Sky Station verteilen. Ja, aber... Ob wir das schaffen? Da ist jetzt der ganze... Ja, äh, wenn wir uns sagen, auf der Karte starten sicherlich nicht. Okay. Der Boule, er ist River Sky Station. Mhm. Oh ja. Tatsächlich verteidigst du wohl, ja. Ja. Jawoll. Noch ein Sunny kurz mitgenommen. Ach. Ein bisschen paar Punkte gesnackt. Äh, wir brauchen irgendwas gegen Dinger. Gegen Flieger. Wir haben nämlich hier gleich ein bisschen Abproblem. Ja. Ja. Aber warum verteidigen wir eine Beste, was über 3 Minuten ist und die andere sind 2 Minuten und 15 weg. Welche denn? Oben die. Wo denn? Was? Terraner? Ich sehe jetzt auch keiner. Ist jetzt auch keiner? Ist jetzt auch keiner? Ah doch, äh, Iser Mountain. Iser Mountain? Das ist 60% über Popmensch. Ja, jetzt. Vorher war es nicht. Kann ich mich dann mitnehmen? Reviven lassen, Taki, oder sterbe ich gleich wieder? Äh, ich sterbe. Oh, die ist eine LK, Max, kann ich dir nicht sagen. Also ich sterbe gleich wieder. Okay. Ja. Aber stirb leiser. Ja eben. Mach keinen so Dreck. Ja, revive mich gleich nochmal. Genau. Oh, das sind ja unsere. Shit. Ich habe gerade eine Granate in dir. Ich habe eine Mine gefunden. Also Maunspress ist verteidigst. Gott. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ah. Okay, das geht nicht. Ich brauche mich. Wie der Kollege ist, jemanden dice? Oha! Ja, oha! Dann wiederbelebt mal ein paar Vanus, bitte. Ich wollt's dann nie ausprobieren, dann will ich so sagen. Weil das wär doch was, Wiederbelegungskugeln. Mhm. Ein Snipergerwehr, der das wiederbeleben kann, hm? Mhm. Von Aldi, ne? Was für ein Aldi? Haha. Zeig malm Bild all die Waffen an. Ja. Wär Aldi in den USA, dann würde ich das. Eins, zwei, drei, komm an, let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, let's go, let's go, let's go. Ja, 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 alle raus. Ok, ich komm jetzt auch. Let's go! Es to me, es to Mario. Hahaha. Oh Gott. Ich bin tot! Ja, lef mich doch mit, Zalleria! Ich bin mitten unter dem Vanus! Ich weiß gar nicht, wann ich nicht alles erschossen habe. Just do it! Wir haben den Punkt! Nee, wirklich? Ja, richtig cooler Scheiß. Wohin komm ich denn hier? Wow, da komm ich sogar zum Teleport, dann bin ich aber unten. Komm, Servus! Und Zickchen ist auf Platz 7. Futur ist Platz... 128? Ich bin kreistig. Das ist aber doof. 1500. Was? 1500? Das ist schon mal geil, ich mach mal drauf für meine Base. Immer noch Madisons Triumph. Werd grad gecappt. Werd doch auf mit dem Fasch, Madisons Triumph kannst du nicht einnehmen, denn das sind 6 Minuten Base. Ja, wir haben noch 5. Das ist gar nicht, ne? Ja, genau. Servus, den GalaxiDrop macht auf Bulwark. Ja. Nice case, ne? Servus, hast du gehört? Ja. Auf Bulwark, ganz unten. Wir müssen GalaxiDrop da drauf machen. Verlegen, worauf geht. Maxi ziehen, Ingenieure, Sanit. Nee, am besten nur Maxi. Warte, wir würden den letzten Push machen da drauf. Ihr wollt nicht halten. Ja, fein, jetzt wo ich keine Punkte hab. Ja, gebraucht keine. Ich kann aber ne Galaxi ziehen, also... Ja, toll, dann haben wir ne Galaxi und ne Haufen und kann auch ne Futter. Ja. Könnt ihr alle FedEx spielen, dann können wir uns alle gegenseitig wieder überleben. Mein Gott. Das bringt's aber nicht, wer gilt denn dann die Feinde?